Liebe HSG-Familie, liebe Handball-Fans, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, hat sich Jannis, ein Jungspieler der HSG, im Urlaub schwer verletzt und ist seitdem an den Rollstuhl gebunden. Seine Familie hat einen Spendenaufruf gestartet, an dem wir uns natürlich gerne beteiligen wollen. Also hier unser Aufruf, lass uns zeigen, dass Handball mehr als nur Sport ist und unserem Jungen aus unseren eigenen Reihen helfen. Die Familie ist dankbar um jede Spende. Wir hoffen natürlich auf eine große Beteiligung und wünschen der Familie Pagels im Namen der HSG alles Gute und viel Kraft für die anstehende Zeit.